ja hallo und schön dass ihr wieder da seid auf unserem kanal workout time trainingzeit für euch ich freue mich auf ein schönes training nachher zusammen was ich aber noch sagen wollte heute ist mir geht es darum alle leute die trainieren möchten auch bei uns in den kanal mit rein zu ziehen und das ist uns unglaublich wichtig dass wir auch die leute die jetzt noch keinen sport machen oder nicht so guten zustand sind auch dann keinen den mut haben anzufangen zu trainieren anzufangen und beizubleiben und die leute die schon jahrelang dabei sind auch zu motivieren dass die auch dabei bleiben das ist halt meine intention auf diesem kanal und nun gibt es natürlich leute die noch nicht gut und keinen guten zustand halt sind und die möchte ich ermutigen bitte macht trotzdem mit ihr wenn wir jetzt zum beispiel diese übung machen das ist heute das thema fettverbrennung dann macht es einfach wenn wir 15 sekunden pause haben macht einfach ein bisschen länger pause oder macht die übung ein bisschen langsamer man kann das ein bisschen selber managen und dann könnt ihr auch mit einsteigen ja man muss ja nicht 45 könnte 30 sekunden pause machen und 30 sekunden trainieren und ein bisschen langsamer trainieren die übungen ein bisschen langsamer machen und schon seid ihr mit dabei und dann kann man sich langsam steigern und die leute die fit sind oder die noch fitter werden wollen die sollen ja sowieso fliege ins auge geflogen die sollen ja sowieso bei uns bleiben und da werden wir natürlich auch in die zukunft blicken und eine menge videos und eine menge material von ernährung und allen möglichen facetten für dich ausbringen damit du in einer besseren oder in der verfassung bleibst du bist ja viel spaß beim training also ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.